«Hoi Meternam!» Das ist das Motto des Lichtersteins an der dasjährigen Olma. Und im Lichtersteins sagt man das einfach jedem «Du», das probieren wir nochmal aus. «Hoi, mein Name!» «Nein, danke.» Die sind nicht von hier, die sind keine Einheimische. Darf ich «Hoi» sagen, oder? Ja. Im Lichtersteins? Ja, sehr. Wem hast du schon «Hoi» gesagt? Dem habe ich jetzt aber «Hoi» gesagt, dem Regierungschef. Ja, sehr. Er hier oben im Schloss? Dem habe ich ja schon «Hoi» gesagt. Obla, und? Ja, ja, er sagt «Hoi». Im Lichtersteins ist ja auch sehr bekannt für «Schwarzgeld verstecken». Vielleicht kann ich dem Herrn hier auch weiterhelfen. Entschuldigung, darf ich noch etwas fragen? Hallo! Im Lichtersteins versteckt man ja Geld. Wo? Das möchte ich dich fragen. Wo am besten? Du siehst aus, als könntest du das machen. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Haha, ich wüsste nicht mehr. Und sonst würde ich es selber sagen. In die Liechtensteiner Fürstenbank in die LGT. Die können hier sicher weiterhelfen, zum einen Batzen am Fiskus vorbeischleisen. Filmen nicht. Und ein wenig Geld verstecken. Oh mein Gott, das ist sie. Wirklich. Ich habe sie gefunden. Die einzige Rolltreppe im Liechtenstein. Hast du schon ein spezielles Gefühl? Nein. Normal. Normal halt. Viel Spass. Danke viel, viel Mal. Wir sehen die Leute, sie sind begeistert. Sie sind mitgerissen von diesem einzigen Mal in ihr Erlebnis. Wow. Wirklich. 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 Wirklich.